Hallo Leute, willkommen zum neuen Video. Ich spiele heute mal wieder mit dem Paul Gangbeats. Hi Leute! Und dann geht's los. Achso, ich war die Tasse. Ey, ich will nicht die Paul sein. Ich will er sein. Ähm, ja, ähm, ich hatte das Infovideo machen wie... Was heißt Infovideo? Das Video meinte ich, das Let's Play Video, wo wir zeigen, wie, ähm, Gangbeats geht. Das würde ich eigentlich nach diesem Video machen. Ja, ihr müsst wissen, es ist gerade 20.06 Uhr. Also, mein Freund schläft heute bei mir und... Ach, es geht ja schon los. Ähm, also mein Freund schläft heute bei mir und wir haben schon 20.06 Uhr. Eine Sache, Leute, vielleicht kommt heute ein Vlog. Vielleicht auch auf meinem Kanal. So. Ähm, ich glaube, die finde ich eigentlich ganz geil. Die finde ich auch gut. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Swat-Einheit, ne? Ja. Du kämpfst gegen deinen Angestellten. Nein, ich meine nicht mich, sondern diesen Typen hier. Ich weiß. Äh. Oh, oh, die gehen wieder auf. Äh, 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 äh. Ich bin gerade geflogen. Ich bin vollgegleitet. Das war halt voll der Glitch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich... Ich... Ja, heb mich hoch. Okay. Ich... Boom. Ja, ich bin wieder hoch. Ich muss kügeln. Oh nein, sorry, ich wollte es gar nicht. Was willst du? Ich hab... Der hat meinen Helm abgezogen. Also... Guck mal, was ich mache. Äh... Ah! Äh, nein. Du musst gerade beschwerden. Komm, ich schleppe noch. Ich schleppe noch. Nein. Warum ist der Ventilator ausgegangen? Sonst würde ich jetzt noch leben. Das war ich. Geh weg. Mr. Doodles und Zack-Blantinion. Zack-Zack-Blantinion. Sorry. Das hat sich unangenehm angehört. Ich hab gewonnen. Ja, ich weiß. Alter, ich was... Ich muss mal kurz gucken. Machen wir bis... 28 Uhr? Ja. Bis 20 Uhr 28. Leute, heute kommt das gleiche noch dieses Video. Vielleicht kommt heute auch noch ein Vlog. Also wir wissen es nicht. Vielleicht habt ihr keine Zahl für mich. Und wir spielen halt jetzt so, ähm, die meisten Videos auf dem PC. Ähm, der Paul, ähm... Ich hab meinen selber abgezogen. ...hat halt nicht so einen guten PC. Ähm, lass mich bitte. So. Ähm, und deshalb machen wir die meisten PC-Videos, wie die von Gangbeats und so. Meistens auf meinem PC-Videos, aber die so meisten Handyspiele, so, machen wir auch eher meistens bei mir. Ähm, vielleicht kommt manchmal bei mir auch mal, vielleicht eine Runde irgendein Spiel auf dem Handy. Äh, ich helfe dir nicht. Ähm, irgendein Spiel... Junge, der lebt ja immer noch, der andere. Ähm, irgendein Spiel auf dem Handy mache ich dann vielleicht hier. Vielleicht heute... Äh, heute sag ich schon. Ich hab heute... Junge, ihr wisst nicht, wie viele Videos ich heute schon gemacht habe. Leute, ungefähr, keine Ahnung, fünf Videos, ja. Eins davon war, ist nichts geworden. Und, Leute, in Gangbeats-Videos flimmert der Bildschirm manchmal. Also, da sind irgendwie im Video manchmal solche Streifen. Ähm, das ist so, ich kann es nicht ändern, also... Da liegt noch mein Helm. Ja. Ich glaube, das ist der Helm von dem anderen Klob. Das ist mein Helm. Echt? Ja. Ich kann... Vielleicht... Ich überlege gerade, ob ich heute noch... Vielleicht sogar, zu Feiertag, Tages sogar noch ein Video auf dem Handy versuche, rauszukommen. Schau mal, wie die eine Karte ist. Richtig! Auf zwei Seiten gleich... Ohohohoho! Alter! Max da! Der ist ja einfach da. Ähm, vielleicht, aber auch nur ganz am... Guck, das ist jetzt, das hat man jetzt gesehen, das ist so gebacktet. Das sehen die auch manchmal auf dem Bildschirm. Vielleicht, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht mache ich ja heute vielleicht noch ein Video auf dem Handy. Und von welchem Spiel das wird, ähm, vielleicht, ich kann den Namen nicht so ganz gut aussprechen, aber ich glaube, das heißt, hieß irgendwie Real Racing 3, ähm, ja, Real Racing 3. Weil, wollte ich vielleicht heute noch spielen, sogar vielleicht sogar auch heute noch mit Paul, wenn der es mir vielleicht ein bisschen erklärt, weil ich kann, weiß jetzt ehrlich gesagt, nur etwas mehr... Leute, das ist jetzt übrigens keine Werbung, ja. Ähm, das ist... Wir werden heute, wir werden da nicht unterstützt, also keine Angst. Das ist einfach nur ein Info, sozusagen, dass wir heute vielleicht noch ein Video rausbringen. Ja, also, nicht irgendwie böse nehmen. Nein, böse sowieso nicht, aber es ist kein Werbung, wir kommen da kein Geld für, oder so. Ja. Äh, ich finde YouTube, klar, man kann damit gut Geld verdienen, aber ich... Aber das ist ja gar nicht... Also, falls jemand den Sinn wissen möchte, warum ich bei YouTube anfange, das ist ja... Ich finde einfach, das macht irgendwie Spaß. Ja, man muss ihm mal ein bisschen Zeit nehmen, hat mal ein bisschen Ruhe von der Schule auch. Thema Schule ist irgendwie eine bessere, bessere, äh, Thema. Pfff, hast du gesehen, was der gerade gemacht hat? Der ist gesprungen und ist einfach... Also, er ist gesprungen und hat dabei kopflos gedrückt gehalten und ist dann einfach auf den Boden gefallen und ist gestorben. Nein. Also nicht gestorben, aber K.O. Also damit warst du ja. K.O. Gedingst. Ich habe den einen halben Schwang gefehlt. Ah, jetzt hat der mich. Ich hoffe. Hilfe. Und ihr könnt ja auch mal, ähm, in die Kommentare schreiben, was ihr gerne... Ähm, ähm, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne so sehen möchtet, was ich spielen soll oder so. Also, das wäre vielleicht mal ganz nett, weil mir würde jetzt eigentlich auch nur Gangbeats einfallen, was ich die ganze Zeit spielen sollte. Und ein paar Spiele funktionieren auf meinem PC nicht, also, ja. Aber ich versuchte, ähm, alle Wünsche, die ihr wollt, die ich spielen soll, zu ermöglichen. Also, ja. Also, ja. Mr. Doodles hat übrigens gewonnen. Mr. Doodles. Ja, da. Bist du uns lustig an Mr. Doodles? Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Wie kann man sich eigentlich bücken? Der Name ist. Es wird gehen, raus an die Namen Mr. Doodles. Ah! Scheiße! Nur die Namen, nur den Namen. Der hat zwei sich geschrieben. Au! Mr. Doodles. Hi Mr. Doodles. Wenn jemand nicht weiß, wer ist dann, bin ich. Wie heißen, waren Sie. Ah! Also, ich... in welcher farbe bist du ich glaube ich bin wir können euch erst in der nächsten runde sagen wir sind er weiß nicht den unterschieden ist auf jeden fall weil du kein stern grün kann das sein ich bin also ich bin blauen paluten ist also paul ist grün wer gewinnt sport einheit gegen schlong gegen macken star hilfe wieso ich hänge max star haben es gekillt im ms der paul oder soll ich heute vielleicht ein video von real racing 3 machen oder von roll stars roll stars ist doch bekannter oder ich weiß nicht aua ihr könnt ja mal irgendwie in die kommentare schreiben ob ich mehr auf dem computer erstens spielen soll und und was oder ob ich mehr auf dem handy spielen soll und da auch halt wieder was wollte ich nur fragen also falls jemand eine idee hat kann er sich ja melden ich bin voll müde weißt du es jetzt der größte horror wäre was denn jetzt irgendwie irgendein horrorspiel zu spielen dürfen wir sowieso nicht aber aber er war richtig breakdance was macht der mr blubitz wie kann man sich solche namen ausdenken auch haben wir Oder was? Nein, doch. Oh, voll bei meinen Fressen. Ah, das hat ja fast weh getan. Als ich das Ding reingeguckt habe. Ach, das ist doch langweilig. Kann man doch in den Chat schreiben. Nein. Aber der Timer kommt ja eh. Leute, es kommt kurz ein Cut bis... Es geht wieder weiter. Juhu! Diese Geräusche würde ich wieder lassen. So. Ähm, Leute, warte auf Spieler für eine Verbindung zu. 1 2 Go, go, go. Tschüss. Nein. Lass mich. Nö, keine Lust. Komm, umarmen. Hilfe, 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 Hilfe. Lass es. Ich möchte dich doch nur umarmen. Ich möchte dich in Ketchup tunken. Das Glas ist heute Ketchup. Rein damit. Okay. Womit isst du lieber deine Pommes? Mit Ketchup oder mit Mayo? Mayo. Mayo? Nicht Ketchup? Ne. Ich bin eher so... Ich bin beides Fan. Aber bis... Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Ketchup nehmen. Also wenn ich nur eins nehmen könnte, würde ich Ketchup nehmen. Ich renne. Weil ich diesen Mayo... Äh, diesen Mayo... Ich mag Mayo zwar auch, aber diesen Mayo Geschmack mag ich nicht so. Ich mag deinen Helm. Deinen Helm mag ich auch nicht, Paul. Ey, was hat der denn da angeschleckt? Das würde ich auch haben. Schau mal, Paul. Ich möchte dir was schenken. Ah. Guck mal, wie stark ich bin. Äh. Ich begehe Selbstnot. Ich möchte die Kamera kaputt machen. Äh. Klimawandel. Die Kamera ist am Klimawandel. Ey, lass mich in Ruhe. Ich bin das nicht. Hilfe. Aua. Ah. Mann. Ich hab... Ach der... Was ist los? Paul. Hihi. Hey. Möchtest du über Schule reden? Ich will keinen Bock, Alter. Man kann auf diesen Ventilatoren kamen nicht so stehen. Wer hasst... Wer hasst Schule? Jetzt nicht böse gemeint, aber... Alle Lehrer, die das sehen. Also nix gegen euch persönlich. Nur ich meinte, was mit... Wie meine ich Hass? Ich meine dieses... Irgendwie ewige Herumsitzen ist irgendwie langweilig. Guck mal. Wie bückst du dich eigentlich? Tschüss. Guck mal, ich kann mich auch hinsetzen. Wie bückst du dich, Alter? Schau mal, ich setz mich. Wie bückst du dich? Guck mal kurz her. Ich zeig's dir. Da ist ein Geheingang drin. Da musst du immer rein. Juhu. Ich bin doch nicht blöd, Alter. Komm mit. Nein. Soll ich mal versuchen, mich hier auf die Terrasse zu setzen? Nein! Ich wollte, dass du kommst und ich dir einen Klatscher geben kann. Guck mal. In welchen Ländern warst du eigentlich schon? Oh, Kroatien! Oh, Spanien glaube ich noch nicht. Tschüss. Ich spanne noch nicht. Ah, nein! Helf mir! Wie wir weiter hochgehen. Nein! Ich hasse die Süß. Aua! Ich bin so blöd zum Schlettern, Alter. Leute, ich hab ne Idee. Ich mach jetzt noch eine Sache. Da nehm ich nämlich auch auf. Oh, ich hab ne Nachricht bekommen. Neuer Kommentar. Ja. Ja. Aber wollen wir jetzt nicht lieber ein Englitz spielen? Nein. Entschuldigung. Ich wollte auch wieder ein Spielen. Ich wollte noch mal gucken. Jetzt alle können da unser 3 bitte abschalten. Entschuldigung. Runter. Rein da. Aua. Toll, ich will noch mehr. Ich kann ja nicht hochklettern. Bin ich zu blöd dafür? Nein, das ist so. Aber die anderen können da doch auch hochklettern. Schau, an einer bestimmten Stelle gibt es einen Bug, da kannst du nicht weiter hochklettern. Junge, kann dieser rote, diese rote Nervensäge einfach mal aufwändig zu nerven? Hashtag Nervensäge. Nein, weil nicht. Ähm. Alle Hashtag Nervensäge in die Kommentare. Nein. Nein. Krass, war es vom Hocker gefallen. Nein. Paul, ich möchte kein blauer Pommes sein. Ich wurde zu Slushy als verarbeitet. Ähm. Wurde gerade in der Folge gedacht, jetzt guckst du, soll nichts passieren. Nein, nein. Nein, nein. Mein Freund wurde nur zu Slushy verarbeitet. Ich habe gerade die meiste festgehalten, Leute. Es gibt jetzt... Slash replay Slushy. Nein. Nein, 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 nein. Alter, das hat voll den Kopf noch. Grüner Slushy. Grüner Slushy gab es. Leute, ich kenne gerade auch ein Video auf meinem Kanal an. Ich kenne jetzt doch die Freunde. Es ist langweilig irgendwie. Wenn man sich das so ansieht wie so drei, jetzt nichts gegen die, aber... Ich kann ja grade ein Video auf meinem Kanal anortet. Die kann ja nicht die ganze Zeit da rumwarten. Hi Leute ich finde hier nur ein Vlog an. Der kommt sage mir 21 Uhr zirka. Wenn er nicht kommt habe ich es vergessen. Er schlagt mich nicht. Ja. Einfach nur Floppen. Also er kommt... Nein, kein... Nein, nein, der kommt erst morgen, aber ich dreh den heute, ja. Ähm... Also morgen kommt wahrscheinlich ein Floppen. Ja, und ich habe das Gefühl für uns, wenn man das sehen kann. Aber wenn wir es... ein Viertel... Genau. Unser zu Glück, mal bitte 10,5,5,5,5,5. Ach, ach, wie lange ist es alle? Nein. Hier. Pannen. So. Äh... Was ist denn die Uhr? Ach, da ist alle. Ja genau, es ist genau 20.25 Uhr. Ich wäre auch noch mal eine Uhr gewesen. Und... Ja, wir drehen gerade ein Video. Gangbeats. Ja. Es kommt irgendwann auf Bens Kanal. Und wir euch jetzt zeigen. Ja, bis morgen. Tschau. Ich möchte das Video hochladen. Das kannst du hochladen. Aber das lade ich nicht heute. Ja. Ja, weil ich das jetzt irgendwie... nicht schlimm... fand ich eh auch nicht das beste Video grad. Ich guck's mir auch mal an... Ich guck's mir noch... ich guck's mir auch mal an.